So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of Insanity. Äh, ja. Ich kann, wie gesagt, Dinge aufheben, lesen und versuchen rauszufinden, was Sache ist, um weiterzukommen. Eigentlich ganz simpel. Aha. Okay. Ah. Okay, what the fuck, was ist das? Hallo? Äh, ja, 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 ich muss hier rumfliegen oder was? In welche Richtung soll ich denn überhaupt fliegen? Oh mein Gott. Hier, hier raus? Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hinfliegen muss. Ja, das ist die Sonne, Alter. Und wieder. Telefon. Okay, ich bin jetzt mittlerweile außerhalb vom Gebäude. Ah, okay, 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 ich... Bis dato ist es sehr, sehr, sehr simpel, was man tun muss. Aber heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Das ist hier. Komm, nee, ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Geh mal hier rein in den... Äh, ins Gewächshaus, meine ich. Nee, ich brauche einen Schlüssel. Oh mein Gott. Geht definitiv nicht heller. Ich muss das wirklich einigermaßen versuchen, heller zu machen. Mhm. Ich lauf einfach mal den Weg entlang, um rauszufinden, ob ich richtig laufe. Äh, man sieht nichts. Man sieht gar nichts. Okay, das müsste der besagte Edward sein. Ich bin aber hier und ich möchte hier genau hier sein, du Blödmann. Mann. Nee, hier kann ich nichts. Ich muss definitiv hier hin, oder was? Geht nicht, nee. Ah, Schlüssel. Ich muss wieder zurück. Ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Ah, Kerzen. Nee, man... Im Himmel sieht man gar nichts. Ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr sieht. schwierig, solche dunklen Next Plays zu machen. Also... Nein, na. Nicht laufen. Es geht nicht wirklich schneller. Geht nicht wirklich schneller. Ich muss mein Kind retten. Nein. Das war doch der Ball aus dem Büro. Ja, mein Kind. Ich möchte gerne mit dir spielen. Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susanne, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren, der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht? Ja, ein Krampf. Reichter Witzker. Werbeurkunde. Name des Verstorbenen. Theodor Dowell. Sieben Jahre. Vielleicht männlich. Todesursache. Erdrosselung. Alter, nee. Nee, ich habe ihm das nicht erlaubt. Nein. Kannst du vergessen, dass ich das erlaubt habe? Nee, hier ist nix, oder? Komme ich nicht weiter. Doch. Nee, komme ich nicht. Auch nix. Nein, mein Kind, meine Frau. Mann. Ist denn das Telefon? Ernsthaft? Mitten in der Natur steht das Telefon oder wie? Okay, etwas heller. Oh mein Gott, ey. Überläuft es? Echt? Hardcore, der... ...der Krempel hier. Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, das mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seinen Zeichnungen vorkommt. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Alles klar. Hallo, mein Kind. Hey. Das auch nicht bewegen, ne? Nee. Oh Mann. Ein Holzschwert. Wie kann ich das? Theodor. Sonst nix, ne? Mann. Das ist echt übel, ey. Oh Mann, der hat echt ein cooles Zimmer gehabt. Hey. Was zum Hänker. Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Gibt es hier Neues, was ich machen kann? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier hoch kann ich jetzt nicht mehr. Ach, du heilige. Ach, du heilige. Bleiben, Kleist da. Ich will nicht runter. Oh. Oh mein Gott. Was? Theodor, ja. Alter, da liegt eine tote Ratte. Iiii. Was? Bin ich jetzt der, wirklich der Arzt? Oder bin ich dieser kranke Typ, der die Family ausgelöscht hatte, oder wie? Ich hab keinen blassen Schimmer. Beunruhigende Effekte bei neuer Behandlungsmethode. Die Behandlungsmethode von Dr. Stephen Dorwell, mit der er schwere Geisteskrankheiten behandelt, basiert auf starken visuellen Reizen, mit denen seine Patienten konfrontiert werden. Dies zielt darauf, den Patienten in eine tiefe hypnotische Trance zu versetzen, in der der Patient seinen Ängsten und geheimsten Gedanken entgegentritt. Oh mein Gott. Die Ergebnisse dieser Behandlung waren jedoch höchst unerwartet. Nach den therapeutischen Sitzungen mit dem Filmen des Arztes, führten die Patienten in Apathie, Depressionen oder erlitten Epiliepsieanfälle. Auch lange nach der Behandlung, die Vereinigung der Psychologen beobachtet Dr. Stephen Dorwell ängstlich und sie planen sich mit dem Versteller dieser kontroversen Methoden zu treffen. Wow. Daher hast du es vielleicht vergessen. Ich habe. Ich kann dann mal richtig lesen. So. Ich glaube, du solltest deinen Patienten mit Hilfe von Subkriptionen unterstützen, den Traum zu beenden. Die Hypnose ist eventuell zu invasiv. Ich versuche ihn nach seiner Vergangenheit zu befragen. Die traumatischen Geschehnisse zu akzeptieren kann ein guter Schritt sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Grüße, Abraham. Alter, ich kann noch nicht mal lesen. Hahaha. Ich bin zu verwirrt heute zum Lesen. Aber wo ist die Sicherung? Hallo, ich brauche die Sicherung. Bitsi, Bitsi, Spida. Lalalalalala. Ah. Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich da rumdrehen. Kann das sein? Nee. Ah, hier ist noch ein Hinweis. Mit. Was soll ich mit diesem Hinweis? Was soll ich mit diesem Hinweis? Hey. Ah. Nee. Wadda mal. Wadda mal. Okay. 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 Und jetzt? Ah. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Yay. Ich will schneller. Ich will schneller. Keller ist kacke. Keller ist kacke. Keller ist kacke. Jetzt. Irgendwas? Nee, ne? Wie komme ich jetzt weiter? Ah. Ich habe das Licht angemacht. Patient Edward 41. Taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Okay. Nee, oder? Ähm. Kann ich hier irgendwas machen? Das Haus ist mega schön, aber gruselig. Ich denke, das Telefon spielt eine Hauptrolle in dem Spiel. Hello? Steven? Are you here? Steven? It's Eddie. Oh, nee, nee, nee. In dem Bild. Etwas lustiger, aber auch gruselig. Versuch's. Ich versuche, die Spielfiguren für dich zu finden. Ich will das weiter angucken. Das müsste meine Frau sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Okay, ich habe die eine Spielfigur, habe ich schon. Farbe, Sonne, was? Keine Ahnung. Und schon wieder sowas. So Fleckentest oder so. Fragen Sie mir bitte, was Sie auf dem Bild sehen. Da ist nix. Da ist auch nix. Ich muss wahrscheinlich wieder hochfahren. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Wo sind die Spielfiguren? Hallo? 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 Okay, jetzt ist es wieder aufgeräumt. Ah. Ich konnte die 6, 2, 9 vorher nicht sehen. Weil das Feuer so aussah. Hallo? Geht doch mal drumrum, ey. Ich gucke jetzt noch in den Nachbarraum. Da komme ich nicht rein. Da komme ich leider nicht rein. Und hier? Immer noch kaputt. Ja, okay. Hier komme ich auch nach wie vor nicht rein. Hier irgendwas? Nee, ne? Okay, ich muss definitiv in den Raum. Hier? Patient Eddie, 41. Day. Having acquainted with the traumatic Eddie's past life, violence in the family and pathology, I've decided that I will use a less invasive method of treatment. We can handle without hypnosis. The confrontation with the past and dreams connected with some mild anxiolytics should be enough. I think that finishing the dream, so killing the wife and child can join his split selves. Oh mein Gott. All we need to do is wait and observe. Okay, wenigstens hat er jetzt angefangen, den Patienten nicht mehr zu hypnotisieren. Lieber Steven, durch die Analyse deiner vorherigen Briefe und Beobachtung glaube ich, dass das Problem mit zusammenhängt. Bitte, denk nochmal drüber nach. Mach mir Sorgen um dich und deine Familie. Wenn ich aus... Zurückkomme, besuche ich euch und wir können uns unterhalten. Abraham, PS. Schick deine Frau und dein Kind irgendwo hin. Stell sicher, dass sie in Sicherheit sind. Okay, der Abraham hat es schon vorausgesagt. Kann das sein? Er hat es gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Nein. Ich will da nicht rinnen. Ich will da nicht rinnen. Er hat das Bett weggeschoben. Ich gehe mal seitlich. Du heilige Makrele. St. Jonah Hospital. Kann ich raus? Nein. Hallo. Da 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 da. Breaking news. As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. Okay. Okay. Ich finde diese Bilder echt furchtbar. Brausam. Irgendwelche Hilfweise. Aha. Ich habe das zweite Spielzeug. Irre einfach hier rum und suche, ob ich wo weiterkomme. Okay. Du machst ja Krach für zehn, Mann. Mal gucken. Ich habe Angst. Knicks aufmachen. Abgesperrt. Was macht das Queechy Engine auf der Toilette? Teufel, ey. Äh. Hui Teufel ey. Oh Mann. Es geht die Tür jetzt auf. Nee, ist abgesperrt. Immer noch. Hallo? Ich hase Jumpscares. Hacke ey. Ruhe. Ich will das nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich muss wieder fliegen, oder was? Oh mein Gott, Hilfe! Ich und fliegen! Jawoll, ey! Holla die Waldfee! So, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.